und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge monstrum zum neuen update version 1.3 was jetzt auch schon nicht mehr so neu ist ich weiß es tut mir leid ich hätte eine folge machen sollen als ich ja geupdatet habe aber irgendwie ich habe geupdatet und dann wollte ich erst mal nicht zocken jetzt möchte ich zocken und deswegen kann ich auch erst mal meine ersten eindrücke mit euch teilen na gut das sind meine zweiten ersten eindrücke weil ich habe gerade eben schon eine runde aufgenommen aber warum auch immer aber ja ist abgekackt aber da gab es eine lustige szene die kann ich euch später mal einblenden mit the fiend den hatte ich gerade eben was at this moment that he knew he fucked up und ja ja jetzt mache ich einfach eine zweite erste eindruckrunde aber ich meine ich habe sowieso noch nicht so viel gesehen deswegen ist es gar nicht so schlimm deswegen kann ich euch die ersten eindrücke immer noch präsentieren denn ich meine ich habe zwar das monster gesehen so ein kleines bisschen also mal ganz kurz aber ansonsten auch nicht so ich nehme hier den schul mit ich mag nämlich stühle stühle sind mein bester freund ich weiß nicht warum aber ich möchte einfach einen stuhl mitnehmen also jetzt nicht immer und überall aber ja jetzt mal kurz nein ne war überhaupt nicht knapp ja und ich finde keine items ich tippe auf the fiend oh von hier kam ich und dann manchmal die türen auf ich kriege echt keine items was war das bitte für die spülung ey hat sich eher angehört wie ein the fiend kotzen so ich bin mir echt unsicher welches monster aber nach komm da hinten steht mein stuhl ja der stuhl so kitchen ich renne die ganze in dem kreis oder kann das sein und dann höre ich jetzt glaube ich mal auf die ganze zeit im kreis zu rennen und mache ein bisschen progress progress wow ein item hab ich da gerade big daddy gehört da unten fließt noch das wasser und ist ja normal oh ein item pack sehr schön wow alter hundi moment mal kurz so ja das war mein hund alter ich habe mich gerade so erschreckt das glaubt ihr gar nicht es ist facehack huuuu ja alles wieder gut und die luftpumpe sehr nice okay das heißt hier könnte ich schon mal abkleben und aufpumpen so na komm mal schneller ich habe leider nicht zum irgendwie krach machen was war das gerade außer das natürlich das möchte ich aber nicht machen ähm okay er ist in der nähe gucke ich mal erstmal auf der bridge vielleicht haben wir hier noch irgendwas nützliches sieht aber irgendwie nicht so aus haben wir hier vielleicht noch eine fuse, eine sicherung natürlich warum ist der jetzt rausgekommen und wo da da hat man seinen schönen pumpkin hat gesehen ich zeige ihn euch nochmal moment komm her das ist jetzt nicht dein ernst oder na gut na gut ich zeige ihn euch später was ist denn das na gut dann kann ich wohl erstmal hier nicht viel machen dann gehe ich mal auf die andere Seite nehm Stuhlimit ja es gibt einen Trick man kann irgendwie mit Stühlen beim Helikopter fliegen ich glaube man stirbt dabei ehrlich gesagt man kann dabei sterben aber egal ich möchte es einfach mal ausprobieren und zwar einfach einen Stuhl hier hin und dann einen zweiten auch noch aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen progressen indem ich hier die Subheadlights ja ja ist gut die Subheadlights einsetze und dann unten nochmal durchsuche denn hier unten ist das spooky 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 naja es geht so also es ist nicht so spooky oh die Helikopter keys aber ich habe nichts um ihn raus zu locken die Kette wir können fliehen hm will ich jetzt wirklich sterben ich weiß es nicht ich glaube ich probiere das jetzt lieber nicht aus mit diesem Bug ob der funktioniert das kann ich natürlich dann mal danach machen weil ich meine die Folge geht jetzt wie lange fünf Minuten zehn Minuten 15 Minuten ich weiß es gar nicht auf jeden Fall nicht allzu lange und da kann ich ja nochmal was ausprobieren danach und natürlich auch sterben ne also so wollen wir ja nicht sein wir können natürlich auch mal ausprobieren so Beysack dürfte wieder da sein jetzt kommt wieder gleich sein äh Quatsch Geräusch oder? oder er kommt jetzt direkt raus das kann natürlich auch sein wird wahrscheinlich hinter mir auftauchen wird wahrscheinlich hinter mir auftauchen nö noch nicht ok aber er ist schon in der Nähe das heißt wenn ich jetzt den Kran bewege dann kommt er raus Hä? Pacehack ich weiß dass du in den da ist er da so jetzt zeig ich euch nochmal schnell Pumpkin Head so und jetzt renne ich weg ist ja gut ist ja gut so jetzt lenke ich den mal noch hier hinten dann kann ich nochmal schnell den Raum hier durchsuchen und mitnehmen da ist er was ne Leuchte ey so jetzt muss ich einfach schnell machen und ich hoffe mal er ist jetzt nicht schnell hier oben ach da ist er ok so jetzt muss ich einfach nur noch verdammt hier ist noch nicht mal die Tür offen na gut gehe ich halt einen kleinen Umweg nein Felsack ich möchte dich nicht daten so ich komme let's go fliegen tschüss das ist hier oben geht's das ist das ist das ist absolut das ist Ja, Junkfish Credits, die kennt ihr ja, oder ich kenn sie, und jetzt sind wir hier nochmal im Menü, das habe ich das letzte Mal in der letzten Folge auch schon mal gezeigt, aber ja, wie gesagt, die wird nicht hochkommen. Hier gibt es so einen Reiter Collectibles und dann Notes und Audio Logs, Audio Logs, nicht Audio Logs, jetzt kann man hier die ganzen Notizen sehen, ihr seht schon, 15, 16, 17 habe ich schon aufgesammelt, es gab nochmal nur 14 und jetzt gibt es 21 und ja, jetzt gibt es auch noch sogenannte Audio Logs, die kann man auch finden, ich habe 0 von 12, ich glaube ich habe sie aber auch noch nie wirklich gesucht, die kann man finden und die sind halt mit der Story verbunden, also ich weiß nicht genau, man hat nicht viel von denen gehört, aber ja, ihr werdet sie dann wahrscheinlich mal in der nächsten Folge oder so hören, da werde ich euch mal ein paar zeigen, falls ich bis zur nächsten Folge welche gefunden habe, wenn nicht, dann müssen wir halt in der nächsten Folge welche finden. Ja, gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, ich werde die Folge jetzt doch so kurz lassen, dafür halt versuchen in den nächsten Tagen wieder eine Folge zu machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, ein Kommentar, würde mich auch auf jeden Fall freuen und wir sehen uns im nächsten Video, tschüss! Bis zum nächsten Mal!